Ich lerne Deutsch. Nummer 4816 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Niemand versteht mich. Alles ist so schrecklich. Kannst du mir helfen? Ich mag es hier. Gehen wir jetzt wieder öfter in den Park? Ich mag es hier. Gehen wir jetzt wieder öfter in den Park? Mit dem Handstand klappt es noch nicht ganz. Ich übe immer noch. Mit dem Handstand klappt es noch nicht ganz. Ich übe immer noch. Meine Tochter genießt es, wenn ich viel Zeit mit ihr verbringe und mit ihr spiele. Im Hafen wird ein großes Containerschiff beladen. Im Hafen wird ein großes Containerschiff beladen. Strom wird über Leitungen transportiert. Strom wird über Leitungen transportiert. Das dafür notwendige Leitungsnetz besteht aus vielen verschiedenen Haupt- und Nebenstrecken. Vergiss deinen Helm nicht, wenn du mit dem Motorrad fährst. Vergiss deinen Helm nicht, wenn du mit dem Motorrad fährst. Ich muss dir zuerst etwas im zweiten Stock zeigen. Bitte komm zu mir. Ich muss dir zuerst etwas im zweiten Stock zeigen. Bitte komm zu mir. Jeder von uns hat Koffer und Taschen gepackt. Wird das Auto zu voll? Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten. Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen sechs und zehn Minuten. Vielen Dank.